Herzlich Willkommen in Deutschlands ältestem Bettfahren-Spezialhaus. Eigene kostenlose Parkplätze direkt vor dem Geschäft sorgen für kurze Wege. Seit 190 Jahren beraten Fachleute Sie kompetent in Sachen gesunder Schlaf. Von der feinen Bettwäsche über hochwertige Bettwaren aller Art bis hin zum passenden Holz- oder Polsterbett. Finden Sie hier alles, was Ihren erholsamen Schlaf verbessert. Zu uns sollte man kommen, weil bei der Auswahl der richtigen Bettausstattung nur große Kompetenz und Erfahrung helfen. Zu uns sollte man kommen, weil bei der Auswahl der richtigen Bettausstattung nur große Kompetenz und Erfahrung helfen. Ein Mann, der verantwortungsbewusst mit seiner Gesundheit oder der richtigen Bettausstattung umgehen möchte. Es kam ein Kundin zu ins Geschäft und die sagte, wo sie hier reinkam, hier herrscht so eine positive familiäre Atmosphäre. Ich denke, das trifft auf den Punkt. Drei Sitzgruppen bieten genügend Platz für ausführliche Informationen, störungsfrei und ohne Zeitdruck. Hier wird Ihnen das passende Bettsystem angemessen. Das vollkommen neu entwickelte Messsystem ermöglicht eine perfekte Anpassung von Matratze, Lattenrost und Nackenstützkissen an den jeweiligen Benutzer und sorgt damit für den ganz speziellen Schlafkomfort. Im einzigen Bettwarenatelier Kölns verbinden wir Ihre Wünsche mit unserem Fachwissen zu individuellen Daunendecken und Federkissen. Außerdem werden hier alle Bettwaren schonend mit Naturseifen gewaschen. Besonders empfindliche Teile werden in einem Spezialschrank vorsichtig getrocknet. Sowohl Daunendecken als auch Federkissen können mit passendem Material aufgefüllt und neu bezogen werden. Die Bearbeitung Ihrer Aufträge wird hier schnell und sorgfältig erledigt. Auf Wiedersehen bei Bettensauer in Kölnbrück, wo Beratung, Qualität und Service seit fünf Generationen großgeschrieben wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017